1 jährige leute youtube die faszinierende im stream ok hallo wie geht's euch den sie drei sie bereich in der nähe ist geist mit rauchstäbchen, machen den Foto und lassen den Geist durch salz wandern Kenneth Williams ich weiß dass es am Anfang ein bisschen geleckt hat aber funktioniert das Teil mittlerweile eigentlich bist du da bist du da das geht irgendwie nicht ich muss mein Licht noch ausmachen oder? hast du deinen Schlüssel gedacht? hast du deinen Schlüssel gedacht? natürlich ich vergesse sowas nicht gute Neuigkeiten der Geist hat einen Axt der hat immer eine Axt hier äh ja ich bin mit OBS äh screen-länder sag mal Domi äh funktioniert das irgendwie ähm anders mit dem Thermometer jetzt? äh ja ich glaube wir haben das irgendwann zwischendurch genervt ich bin mir auch nicht sicher das heißt äh es ist nicht mehr ganz so schnell die Temperatur in den Häusern sinkt und ich glaube die Rate in der das Thermometer aktualisiert ist auch nicht mehr nice Bist du da? ja ja anscheinend nicht sprich mit mir bist du da? ja hier ist auch nicht 15 Grad unter 10 war es oder? ich glaube ja ich glaube ja hm bist du da? sprich mit mir sprich mit mir ok hier ist es auch nicht schon was gefunden? gruselige Hase gruselige Hase gruselige Hase gruselige Hase sag mal muss es eigentlich immer noch dunkel sein damit er antwortet doch ja ach bist du hier radio 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 da ist das radio ne Neben, neben rum. Hast du das angemacht? Ja. Oh, leck mich. Was mach ich denn, das fühl mich mir lecken. Keine Ahnung. Draufhauen. Bist du hier? Bist du da? Bist du hier? Nein. Nichts an der Sache. Hier war, glaube ich, die Axt, soweit ich weiß. Bist du hier? Bist du da? Freut mich. Sprich mit mir. Hast du es dich plackern lassen? Ja klar, das mach ich immer wieder mal. Bist du hier? Damit mach ich natürlich nein. Bist du hier? Bist du hier? Bist du da? Bist du hier? Ja, ich find gar nichts. Welche Stufe ist es eigentlich? Ähm, ist gerade auf, auf, auf Vox. Okay. Hast du ein Waschbecken angemacht? Klar, mach ich immer wieder zwischendurch mal. Nein, natürlich. Komm mal runter. Oder ist es oben? Ich hab kurz ein Zühnen eingestartet. Cool. Cool. Hörst du auch ein Waschbecken? Oder will die mir sein? Kein was kriegen. Bist du hier? Ne, ich bin hier. Hallo, hast du ihn gesehen? Waren die Schritte auch neben dir? Hier ist das Waschbecken, du Trottel. Hey, ich hab doch nicht gehört zum Waschbecken. Es ist gerade ausgegangen. Also hier ist kein Waschbecken. Es ist gerade ausgegangen. Hier, 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 hier. Gefunden, gefunden, Domi. Bist du hier? Okay, da drin ist er, da drin ist er, da drin ist er. Ich glaube, ich hab mich falsch versteckt, Leute. Wo bin ich? Nein, ich bin hier drin. Warum hat er mich hier gefunden? Ich hab sogar die Tür zugemacht. Ja, aber ich hab kein Foto von ihm. Ich hab sogar die Tür zugemacht. Ach komm schon. In die Fräse. Ist er schon wieder unterwegs? Da, oh mein Gott, da ist er. Hallo. Ist er schon wieder unterwegs? Da, oh mein Gott, da ist er. Hallo. Hallo. Wirklich in der Axt? Oh, ist eh ekelhaft. Oh, ist eh ekelhaft. Oh, ist eh ekelhaft. Oh, ist eh ekelhaft. Der rennt echt mit der Axt rum. Ist er weg? Oh, das war, war vorhin auch nicht so. Wie verarschen? Wirklich? Ja. Wirfst du mich die ganze Zeit mit Sachen ab? Nein. Ja, was soll ich denn tun? Klappt's doch nicht. Ich hab ein Würfel mit drauf. Was ist deine Leiche? Wo ist deine Leiche? Hier, du Tröttel! Okay, da lang. Dankeschön. Hier! Tröttel! Kommst du... Oh mein Gott, dein Ernst! Hey! Hey! Du, was? Wacht! Hey! Hey! Du, was? Wo läufst du denn hin? Ich bin hier drin, weil du... NEEIN! Nicht hier drin. Okay, lass mich mal rausgehen und ein Hückment holen. Ja, guter Plan. Was ist denn Tröttel? Hilf dir würfel dein, wohin? Du gehst voll vorbei. Schrecklich, Leute, schrecklich! Ah, mit Profisarbeiten! Ja, das sind längst du streamen. Du denkst das ist shit, wa? Danke Danke, das ist vergangen Wo ist denn gleich? Ich hab keinen Podcast, wir gehen wieder hoch Gehen wir wieder hoch Aber du bist ein Tier drin, oder? NEIN! NEIN! Das ist nicht hier Gut da Was hast du dir dabei gedacht, dass du da liegst? Warum legst du dich da hin? Das ist lustig Ich krieg einen Würfel auf den Kopf Ich würde die Tasche abnehmen Oh, ich bin der Teddy Ohhhh Verarschen wir Domi mit dem Teddy Oh, das wird unterwegs Domi, ich bin der Dir Ernsthaft Oh, da ist er Oh, da ist er Hehehehehehe Hehehehe Hier für dich ein Teddy Okay Jo, du war neben dir, Alter Teddy ist überhaupt nicht störend Hehehehe 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 Ich würde Teddy nicht das doof Bitte schreib ins Buch Danke In die Flasche Weizwan Oh, der weiße Schwan Oh, jetzt bin ich mutiger Wappen bis er tot ist Und ich nicht Wauuuu 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 Oh, der ist noch neul sich, er ist noch neul sich Ich würde im Grund Ich weiß nicht Äh Erstmal kurz den OO Hier nimmt das Hehehehe 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 Ne, du haltest mal den Duschen halt Hehehehe Weißt du ob Wird die hatte er Gesprochen Ja Ja Nö Wie soll ich denn antworten? Bei Ja wirfst du auf den Monitor Hehehehe Das ist ein Nein, oder? Hehehehe Das ist ein Nein Hehehehe Ist das ein Monitor? Hehehehe Ich denke nicht Hehehehe Ähm Dann Das ist ja bei mir nicht gesprochen Warum soll ich die starke Tasche nachbinden? Ja, die starke Tasche nachbinden Habe ich nicht? Ich habe die starke Tasche nachbinden Ich habe die starke Tasche nachbinden Warum hast du die starke Tasche nachbinden? Ah Weil ich die falsche genommen habe Ich habe schon gewundert, weil es so dunkel ist Und meine Selt Und meine Selt Und meine Selt Und meine Selt die gibt doch Meine Selt die Ja und die war auf Null bei dir Ich bin in die TikToks Ist immer noch erst 40 Oh, ist auch erst 70 Du Du musst duschen Das Bessere ist das dumme Shampoo Denk dir noch so rum Nee Ach komm schon, lass mich nix mit dem Licht flackern Ich find's übrigens cool, wenn der geil ist Dich einfach, wenn du tot bist Trotzdem noch so Bisschen angreifen kann, wie man nicht versteht Also nicht angreifen direkt, aber so ein bisschen so Ich hab mir jetzt Shams gegeben Ich hab hier irgendwo cool, ich hab hier nur einen Teller mit Ja, weißt du was, einen Teller Teller ist nicht gut Ich frag mal, ob ich Hunger an Ich habe kein Problem mit Alkohol Ich habe kein Problem mit Alkohol Hast du mich verklagen? Lecker Gleich Du mapsst mich auf fünf Wenn ich hin Was ist dasbubblöd? Woh Das war's Es hilft Zeit Reagier auf das, was ich tue. Ich will Aufmerksamkeit. Oh, das gab mir den Ding nicht. Ja, aufhören. Ich! Was denn? Was ist das Problem, mein Freund? Wieso geht das eigentlich so lange? Ich meine, das ist... Bist du hier? Wie alt bist du? Was? Alles klar. Er ist erwachsen, Rudi. Wie, ich hab's gehört! Das ist ein Dschinn. Rudi, ist das ein Dschinn? Dschinn-Surfer. Dschinn. Was ist das? Oh mein Problem mit Alkohol. Willst du mich verklagen? Die kann nicht weiter... mir geht so schlecht und das ist mein gutes recht ich hasse alkohol ich mag es noch nicht ok dass du mir fragst ob ich es war der geist wird euch im geist weg gerannt und jetzt mit der gerannt so ist ja ich als du dich in der ecke versteckt dass ich dir den teddy hingeworfen mal was ist gesehen ja ja oder geist war schon übrigens neben dir ok der ist direkt in die in den raum gegangen das ist berühmt ich verstehe nicht wieso die ich da nicht gefunden hat wahrscheinlich wollte er mich nicht finden ja und er war hinter mir ich hab's bin dann in den raum habe sogar die tür zugemacht und da war ich tot so nicht fair hey tommy ja wie so dass das ist das ist eine stabile spüldose ich habe nichts mehr ja dachte ich mir aber geschickt ist zu viel aber übrigens die falsche tasche lampe genommen ja jetzt habe ich gesehen ist mir nicht aufgefallen ich dachte mir du war doch beinigend zu dunkel ist ja ich bin gerade bei den im zimmer aus und noch einstecken kann irgendwie besser läuft aber aber ich könnte die auch noch beenden ja Leute auf youtube dann wir zugucken das war echt spannende Runde denke ich nächste Folge und tschau